So, ich denke, war das gerade eine Ratte? Da ist gerade eine Ratte rumgelaufen. Mühlstein, Mühlstein, Mühlstein. Ja, hm. Ich bin nicht sicher, ob meine Kraft hier mit Hilfe wird. Nein, ich muss nicht mehr mit dem zu messen. Wir klopfen wieder freundlich vorne an der Tür und schauen mal, wie die Hexe blöde guckt, wenn ich vor der Tür stehe. Immerhin weiß ich ja inzwischen auch, dass ihr Mechanismus, wenn ich mich hinsetze, nicht mehr funktioniert. Ja? Ja! Ah, ich habe nichts mit dir gemacht. Du erinnerst mich falsch. Oh, äh, nein, nein, ich bin nur... Siehst du, meine Freundin. Ja, ja, meine Freundin. You haven't seen her around, have you? She looks, uh, a lot like me. Sister. Haha, of course. Uh, that is... No, no, I haven't kidnapped anyone, no. But do come in, child. Come in. Are you hungry? You look hungry. Come in, come in. Oh, okay, ich gehe da mal wieder hinein. Klar, mach ich doch. Und die kleine Hexe denkt sich wohl, boah, sie hat heute das Glück der Welt gefressen. Take a seat. Sit, sit. It's almost ready. Ja, okay, ich, äh, hm, setz mich dann mal. Bin ja nicht so, ich höre ja auf die Hexe, wenn sie das sagt. Bitteschön. Yes, stupid child. Kikikik. Er hat mich so lieb drum gebeten, dass ich mich hinsetze, oder? Oh, hehehehe, nice and comfy and delicious. Und jetzt? Gotcha. Ah, what? No. Erg, why isn't it opening? Kann ich dir irgendwie helfen, liebe Hexe? Brrrr, open! No, stop! Also ich darf da nicht drunter, schade. Das ist, äh, mein, äh, Bedroom. You're not allowed. Hm. It's broken now, thanks to me. Die hüpft da so schön drauf rum, das ist total toll. Darf ich wieder rausgehen? No, 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 no. You, stay right there. Don't move. But, you seem kind of preoccupied. Maybe I'll come back when you're not so busy. But, but, ah, fine, leave. I'll, I'll eat it all myself. Gut, ich geh raus, hoffe, dass die blöde Hexe immer noch auf dem Ding rumjumpft und sich wundert, warum das nicht aufgeht. Und ich geh in den Keller runter und versuche natürlich, den Mechanismus von unten in Gang zu setzen und die Hexe hier freundlich unten zu begrüßen. I could open the trap door this way, but there's no point right now. If I'm going to trap the witch, I need to make sure she's on top of it first. I could just sneak up there, go straight for the book, but she can't keep getting away with this. I have to, I don't know, stop her somehow. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie draufsteht. Schade. Nope, too far away. Gut, dann muss ich wohl wieder hochgehen, wieder reingehen und das doch irgendwie von oben auslösen, scheinbar. Das ist echt, also, ich bin mir noch nicht sicher, wie das Ganze klappen soll. Yes? Oh, you! I'm sorry, I was, ah, just leaving to look for my sister, but, ah. Are you hungry? You look hungry. Come in, come in. Take a seat. Sit, sit. Ja, ja, ich setze mich natürlich gerne wieder hin. Und lass sie das wieder machen. So, sie hüpft da auch wieder schön drauf rum und, ja. No way. These witches might be downright creepy, but no one can deny their dedication. Also, sie weigert sich, die Hexe in den Ofen zu werfen. Was ich jetzt irgendwie schade finde, weil das wäre halt so, ja, einigermaßen korrekt. Hm, nein, danke. Hm. Einmal. Nein. Nein, nein, nein. 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 Sieh, bleib dort. Nichts. Sieh. 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 Nein! Nein, nein, nein! Du, bleibst da! Keine Bewegung! Ah, ich würde ihn nehmen und ihn frei sein, aber ich glaube, er ist ein bisschen außerhalb meiner Hilfe jetzt. Oh, nein! Nein, nein! Nein, ich werde das nicht auf nichts außer mir, um mich zu halten und sicher zu halten. Ich sollte etwas anderes versuchen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich bin nicht sicher, was gut das machen würde. Äh, nein, ich glaube, das würde helfen. Ja, ich müsste halt wissen, dass sie draufsteht, ne? Und dann könnte ich es von unten auslösen, aber ich darf ja auch nicht runter. Jetzt schließe ich ihr Schlafzimmer. Nein! Stopp! Das ist, äh, meine, äh, Bedrohung. Du darfst nicht! Interessiert in diesem kleinen Mann? Nein? 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 Nein, ich bin nicht interessiert. Ja, also spontan würde ich sagen, irgendetwas fehlt mir scheinbar noch. Ich weiß noch nicht was. Hm, nein, danke. Es ist jetzt gebrochen. Danke für mich. Die hüpft da so schön rum. Und der Schemel, der ist doch irgendwie mit dem Mechanismus verbunden. Warum kann man nicht entfetzen? Ja. Es auslösen. Nein! Stopp! Das ist, äh, mein, äh, Bedrohung. Nein! Du darfst nicht auslösen! Das ist gar nicht so einfach. Kann ich sie anschnüppeln? Ja, dann gehe ich wohl wieder. Nein, 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 nein! Ich muss mich doch nochmal genauer umschauen. Bleib gleich da! Nicht! Geh! Aber... Sie seien ein bisschen überrascht. Vielleicht werde ich zurück, wenn du nicht so beschäftigst. Aber... Aber... Ich weiß nicht, wie ich da... Ich weiß nicht, wie ich da... Ähm... Ja... Was ich da machen kann. Da geht's nach draußen. Da ist der Falte-Mechanismus, den ich ja kaputt gemacht habe. Kann ich den irgendwie... Hmm... If I manage to get this tied to part of the mechanism, then maybe... Maybe I could have a pulley system. Use the clothesline to pull open the trap door. And if I run the other end upstairs, I can use it as a lever from there. Alright, now let's see... Maybe if I try using Telekineminius to get the rope tied up there... Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm... Little boy stew, little boy stew, Only made better with a girl in there too... A town who dares to say I'm wrong, Won't have their children very long... Yes! Perfect! Done. Jetzt wirklich, das ist ziemlich beeindruckend, wenn ich so selbst sage. Jetzt ist die Schrappung fertig. Ich kann die Schrappung nach oben aufbauen, indem ich auf die Röpe ziehe. Ich muss nur auf den richtigen Moment warten, und die Wälder ist so gut wie schrappt. Also beeilen wir uns. Ich setze mich auf den Schemel. Die Hexe zieht am Hebel rüttelnder Weise und nichts passiert. Und sie hüpft hier drauf rum wie wild von der Tarantel gestochen oder ähnliches. Und ich, ja, ich sage dann mal, tschüss, tschüss, liebe Hexe. Ich ziehe hier mal an der Schnur. Ja! Ah! Ah, ouch! W-w-was war das? Eine Art Schrappung? Nein, aber ich denke, dieses Zauberbuch ist geschützt. Ah, ouch! Hm... Fuhle mich mal, schade auf dich. Fuhle mich mal zweimal. Ich denke, ich muss mehr über dieses Schrappung herausfinden, bevor ich das Buch bekomme. Also ich muss etwas über den Spruch herauskriegen. Ich probiere allerdings mal kurz aus, ob ich diesen, ja, mein Amulett den Dings aufsaugen kann. Nein, ich benutze das nicht auf irgendwem... Ähm, oder ob mein, mein Drache daran interessiert ist. Falsche Taste der Drache. Ich denke aber nicht. Interessiert in diesem kleinen Mann? Nein? Nein, nicht interessiert. Sie haben einen eigenen Zauberspruch befragt. Jetzt hält mich ja keiner mehr ab davon, in ihr Schlafzimmer zu gehen. Hi! Jetzt klingt das... Also die Hexe klang gerade eben so ein bisschen wie meine Katze, wenn sie unbedingt rein will, so... Aber, ja. Ja. Ahem. Ja. 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 Hätt' ja klappen können. Gut, also das klappt nicht. Ja, dann bleibt uns nicht mehr so viel anderes übrig, als zu behaupten. Ich bin jetzt auf deiner Seite, du weißt. Ich verstehe es. Ich liebe Kinder auch. Und? Wirklich, sie sind das Schlimmste. So wunderschön, nicht wahr? Wenn ich meinen Weg hatte, würde ich nicht mehr ein Kind sein. Ich kann nicht erwarten, um ein Adul zu sein. Ja, du bist ein schweißerer Kind, also mach es mit dir. Ich wünsche mir, ich wünsche mir einen Tag, dass ich eine großartige und intelligente Frau sein werde. Ich bin so großartig, wie du. Ha! Wie ich? Hehehe, das ist unmöglich. Du wirst nie so groß sein, als ich eine Witch als ich. Keinem will. Gut, ähm, sie hilft uns scheinbar egal, was wir sagen nicht. Das ist nützlich. Ich werde das Schlimmste aus dir nicht bekommen. Hehehe, ich habe dir gesagt, niemals, niemals. Was haben wir denn hier noch da als ein Skellett? Keinem will. Oh, mein Gott. Die Witch ist bereits verabschiedet. Kein Grund, dass wir das noch nicht mehr tun haben. Nein, ich brauche nicht mehr zu tun haben. Ah, nein. Eww. Oh, this mille must have been used to grow. Now it looks like the witch is used. Hmm. Das ist nicht so großartig. Das ist nicht so großartig. Ich würde wirklich nicht mehr zu tun, eigentlich. Es sieht gross genug aus hier. Maybe this isn't the right approach. And what? Throw the witch in there? Who do you take me for? I'm not resorting to violence. Ja, viel habe ich gerade tatsächlich nicht. Vielleicht kann ich sie von draußen belauschen. Und sie ist dann blöd genug, mir zu sagen, was ich, äh, was sie machen will. Oder was das für ein Spruch ist. Ich werde das einfach mal testen und hier in den Keller gehen. Nein, sie dreht sich nur wieder weg. Da, ich habe gewusst, ich habe da eine Ratte gesehen. Es passiert eigentlich, wenn ich dieser blöden Hexe dieses, dieses Bild zeige. Ich will nicht wirklich das Porträt mit nichts nutzen. Ich würde lieber auf es halten. Hoffentlich kann ich die Menschen in es finden und sie über Windflüge sagen. Frida. Ich will nicht wirklich das Porträt mit nichts nutzen. Hmm. Der kleine Mann sieht nicht interessiert. Es ist wieder einmal zu viel escape. Ich wollte die Schere mal mit dem Seite. Die Schere ist so gut, wie es ist. Ich muss nichts dazu adden. Ja, ich habe also die Hexe eingesperrt, weiß aber noch nicht genau, wie ich den Zauber da drin lösen kann. Ich kann aber doch mal eine andere Hexe fragen, die im Dorf ja immerhin sitzt, in der dunklen Gasse. Hier so, in der Gasse. Da sitzt nämlich eine andere Hexe im Zauberladen. Und vielleicht weiß die ja, wie ich, ähm, ja, diesen blöden Spruch da lösen könnte. Da geht die Glocke wieder. Also die Uhu-Glocke. Und dann geht die Glocke. Das ist ein Chant-baser Spell. Eine Chant, um es zu setzen und eine Chant, um es zu verbrechen. Eine Chant kann nicht verbreitet werden, ohne zu wissen, was vor ihm kam. Siehst du? Oh, ich sehe das. Das heißt, ich muss also rauskriegen, welche Beschwörung sie gewirkt hat. Ja, um das dann hinzukriegen. Könnte sie mir... vielleicht zumindest ein bisschen helfen? Ähm, ja. Okay, dann sehen wir uns bald mit den Objekten. Okay, dann. Dann gehen wir weiter bei der Verhandlung mit der Hexe. Hm, ich gehe mal oben durch. Dann... ja, ich gucke mir dieses Zauberbuch nochmal an. Hier ist es! So nahe, aber so weit. Ah, ouch! Hm... Fuhle mich mal, schäme mich. Ja, dann gehe ich mal runter. Jetzt weiß ich immerhin, dass es eine Beschwörung ist. Mal gucken, ob ich sie damit, ähm... ja... beeindrucken kann. Nein. Erinnerst du den Spell, den du benutzt hast, um das Buch zu beschützen? Ja, natürlich. Es war... Waaat... Nein! Nicht sterben für deine künktige kleine Kinder-Küren-Küren-Küren-Küren. Hm, dang. Ich dachte, dass ich dich dann hatte. Du wirst niemals haben mein Buch. Never! Wollt ihr es! Hmm, das ist nützlos. Ich werde nie den Schrauben von dir ausfüllen. Hehehe, hab ich dir gesagt, niemals. Die Schrappe ist gut, wie es ist. Ich brauche nichts dazu. Kannst du es machen? Hmm... Gar nicht so einfach wieder hier. Hmm... Der kleine Mann scheint nicht interessiert. Da ist es! So nahe, aber so weit. Wie könnte ich das machen? Vielleicht warte ich einfach mal nach unten ab hier und ob die vor sich hin sinkt wieder. Ja. Nein, ich benutze das nicht auf alles außer mir, um mich schön und sicher zu halten. Ja, das ist echt schwer gerade. Und hier ist eine Leiter, die ich nicht mitnehmen darf. Das ist das, was mich auch so ein bisschen ärgert, ne? Tja, dann lasse ich sie da wohl erstmal eingesperrt und überlege an dem anderen Ding rum. Irgendwie muss ich den Drachen nach oben bekommen. Der ist weg, er fühlt sich hier wieder glücklich. Ich frage mich, warum sind denn eigentlich die Lampen nicht an und der mir das sagen kann. So weit haben sie mich nicht verwirklich. Aber ich will nicht meine Glück noch weiter versuchen. Oder ich frage den blöden Priester nochmal dazu. Vielleicht weiß der ja was über die Lampen da draußen. Ich frage mich. Hallo wieder, Theodor. Hallo, young one. Did you say the dragon would fly people from the bell tower? Where is that? Yes, it's right through the door behind you. Alas, for many generations now, the door has been sealed shut. For years I've looked for a means to open it, but for years it has remained closed. This place was built entirely for the love of the red dragon. I'm sure many answers lie here, somewhere, before our eyes. I'm but an old man, not a detective. Any such indications have managed to elude me. Oh, a detective mystery. That sounds kind of fun. Maybe I can have a look around for clues. Haha, but of course. Be my guest, young one. Thanks for your help, Theodore. I best get going. Of course, young one. The stars be with you. Oh yeah. If I bent the lamp down, I could light the lanterns. Then maybe I can light those pretty patterns on the window. Let's see. Not really, right? Aha. Now I can reach them. Oh my god. Oh my god. Auf die Idee hätten wir kommen können. Wir nehmen also einen feurigen Drachen und zünden die Laterne an. Oh, hübsch. Aber warum nur eine? Ich liebe diese wirklich. Sie sind so groß und detailliert und einfach schön. Ich liebe diese wirklich. Sie sind so groß und detailliert und einfach schön. Sehr schön. Die lefte ist eine schwelle, 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 schwelle Figur unter den Flamen. Die rechte Fenster ist ein großer, rauerer Drachen, der über die Menschen zu beteiligen. Es gibt hier eine kleine Fläche von strange kleinen Symbolen. Auf der rechten Fenster. Huh. Wie geht das? Ich bin nicht sicher, was es bedeutet, aber es ist definitiv sehr komisch. Darauf hatte ich ja gehofft. Ich schaue mal die Orgel an und stelle fest. Guckt mal in der Schau. Die sind beschriftet. Das heißt, ich kann jetzt hoffentlich etwas spielen. Und zwar diese Taste. Uh, hat es da viele mit M. Äh. Äh. Nein? Dann habe ich was falsch gemacht. Nochmal von vorne. Ja, ich will das Puzzle wirklich zurücksetzen. Also, ich habe in der... Es waren ja drei Striche, und zwar jede Menge Noten in der mittleren Spalte, eine auf dem obersten und sonst nichts im unteren. Das heißt, ich denke, ich muss ja auch entsprechend spielen. Und zwar habe ich Entschuldigung, ich habe nämlich einmal diese Taste, dann diese komische herzförmige hier. Dann die Taste mit dem W oben und dem Balken. Da sehe ich nur diese hier. Dann wieder das Herz. Und gerade eben habe ich mich, glaube ich, an der Stelle verspielt. So, jetzt die M-Taste mit dem Strich nach unten. Und Nein, ich will das Puzzle nicht überspringen. Es hat sich nichts getan. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe gleich nochmal zurück. In der nächsten Folge allerdings erst. Schaue mir das Puzzle nochmal genau an, dann habe ich mich vielleicht irgendwo verzeichnet. Und das dürfte allerdings die Lösung sein. Ja, bis in der nächsten Folge also zur Lösung hoffentlich dieses Puzzles und Öffnung der Tür und dem Flug zum Glasberg mit dem Drachen.